Heute, am 4. Oktober 2021, also nach 31 Jahren deutscher Einheit, da sagt sich das ganz leicht dahin. Es gab nicht nur zwei deutsche Staaten, es gab auch einige Firmen doppelt. Carl Zeiss zum Beispiel. Neben dem VEB Carl Zeiss Jena existierte in Oberkochen ein zweites Unternehmen, das den Namen beanspruchte. Heute, vor 75 Jahren, wurde es gegründet. Zeiss Oberkochen, Einstichtag von Hartmut Schade. Die Amerikaner lassen keinen Zweifel. This is a comment. Das ist ein Befehl. Wir werden sie mitnehmen, auch wenn wir sie im Nachthemd auf die Lastwagen laden müssen. Mitte April marschieren die Amerikaner in Jena ein, in ihrem Schlepptau-Experten, die bestens über Zeiss Bescheid wissen. Die gesamte vorhandene Produktion, von Mikroskopen bis zu den Bombenzielgeräten, wird beschlagnahmt und abtransportiert. Ursprüngliche Pläne, Zeiss komplett zu demontieren, Maschinen und Mitarbeiter in den Westen zu bringen, scheitern an fehlenden Güterzügen. Die Amerikaner ändern ihre Strategie. We take the brain. Der Kopf, das sind 80 Entwickler, Techniker und Konstrukteure von Zeiss und 41 vom Glaswerk Schott. Sie reisen am 18. Juli 1945 in ein Caf namens Heidenheim an der Brenz. Dort sitzen sie ein Jahr untätig herum, bis ihnen die Gründung einer feinmechanisch-optischen Fabrik erlaubt wird. Im nahegelegenen Oberkochen finden sie eine leerstehende Flugzeugfabrik. Wir mussten uns Mühe geben, aus unserem Gedächtnis nun zu rekonstruieren. Denn wir bauen ja hier vorzugsweise Geräte, in denen viel wissenschaftliche Erfahrung verankert ist und die der Anwendung in der Wissenschaft und in der Forschung dienen. Erinnert sich ein Zeissianer in einer SWR-Sendung von 1954. Am 4. Oktober 1946 gründen die Ex-Jena die Opton Optische Werke Oberkochen GmbH. Zeitgleich beginnen in Jena die Demontagearbeiten. Fast alle Maschinen der Zeisswerke werden als Reparation abgebaut und 336 Spezialisten zur Arbeit in die Sowjetunion befohlen. Mehrere hundert Zeissarbeiter fliehen in den nächsten Monaten in den Westen. Wir hätten sicher die Dinge alle nicht tun können, wenn wir nicht laufend Zuwachs von Jena bekommen hätten. Trotz Demontage und Flucht arbeiten die Zeisswerke in Jena weiter und man hält am legendären Qualitätsanspruch fest. Auch als im Mai 1948 die Karl-Zeiss-Stiftung als Eigentümer der Werke enteignet wird. Und dann war es für uns alle klar, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Karl-Zeiss-Stiftung mit ihren Werken nicht untergeht. Wir müssen hier doch wohl einen neuen Stiftungsbetrieb aufbauen. Erster Schritt ist die Umbenennung von Opton Oberkochen in Zeiss-Opton. 1953 erfolgt die Namensänderung in Karl-Zeiss. Seitdem sind wir also auch für die Welt äußerlich sichtbar, der Traditionsbetrieb der Karl-Zeiss-Stiftung. So noch einmal ein Zeiss-Mitarbeiter in der SWR-Sendung 1954. Allerdings hat Ernst Abbe in der Stiftungsurkunde für alle Zeiten festgeschrieben, dass die Zeisswerke in Jena ihren Sitz haben müssen. Oberkochen dürfe also gar nicht den Namen Karl Zeiss führen, argumentiert man in Jena. Die Oberkochen erhalten dagegen, Zweck der Stiftung ist der Betrieb der Werke. Die aber sind verstaatlicht, gehören also nicht mehr der Karl-Zeiss-Stiftung. Um Ernst Abbes Willen zu erfüllen, habe man die Fabriken verlegen müssen. In der Folge prozessieren Zeiss Jena und Zeiss Oberkochen in mehr als 60 Staaten gegeneinander. Erst 1971 einigen sich die beiden Stiftungen und grenzen ihren Namensgebrauch in Ost und West voneinander ab. 30 Jahre später vereinigt sich nicht nur Deutschland, sondern auch Zeiss.